Hallo, ich bin Statter Markus von Pix & Vibes und wir sind hier im Kulturhaus Sinron Kunstfaktilienz in Dölsach. Ihr seht, es ist ganz grün rundherum und wir feiern zum fünften Mal unser Pix & Vibes. Und das ist eine Kulturinitiative, wo wir bestrebt sind, Kunst aus allen Genres und allen Richtungen zu zeigen. Und zu zeigen, dass die nebeneinander sein können und miteinander mehr sein, wie die Summe der einzelnen Teile. Ja, und wie gesagt, heute zum fünften Mal. Also uns gibt es schon zehn Jahre. Und wir sind auch eine Plattform für Künstler, die in Ostirol seien. Wir haben an und für sich immer eine Mischung aus auswärtigen Leuten und Ostirolern. Und wir freuen uns, dass wir da präsentieren dürfen. Bei der Oberdorfer Margret da haben. Und es ist wunderbar. Wir haben viele Gäste, es gibt gutes Essen. Wir haben viel gute Musik, viele Fotokünstler, Bilder, Lesungen. Es hat eine Kampfsportvorführung gegeben, Kampfkunstvorführung gegeben. Ja, und wir freuen uns, dass wir da sind. So. Ich Holiday. Und wir haben viele Fragen. Ich wünsche uns, dass ich diese Kommission Question. Ich wünsche uns, dass ich na Phewt und bin jetzt. Das mal geht. Ich wünsche mir, dass du mit dem Kopf aus dem Lernen zum Bundeskfive builders bist. Vielen Dank.